Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Kritik auf meinem Kanal und heute befassen wir uns mal wieder mit einem Film, der ein bisschen länger her ist und zwar geht es heute um den Film Die Brücke, ein Film aus dem Jahre 1959, ein deutscher Film, wo ich sagen muss, mal wieder. Ein deutscher Film, der gut geworden ist. Ich bin im Moment ja nicht so ganz von den deutschen Filmen überzeugt. Es gibt ja, wenn ich das mal so von mir persönlich sagen kann, das Einzige, finde ich immer, was wir Deutschen immer so produzieren können, sind Kriegsfilme und Komödien. Das ist ja mal so, den größten Teil dieser Sachen hat das deutsche Kino sozusagen geschaffen. So, ab und zu hast du mal so einen Film, der wirklich richtig gut gemacht ist. Also ab und zu gibt es jedes Jahr gibt es mal so ein, zwei Ausnahmefilme, gute deutsche Ausnahmefilme. Aber es gibt halt meines Erachtens in letzter Zeit viel, viel zu wenig gute deutsche Filme und deshalb habe ich mir heute mal einen Filmbrunsch gesucht, der schon wieder ein bisschen älter ist auf jeden Fall, aber der einen hohen Anspruch auf jeden Fall setzt. Es gibt von Die Brücke auch noch eine Neuverfilmung, eine TV-Serie war es oder vielleicht war es auch nur ein TV-Film, ich weiß es gar nicht mehr genau. Der aber bedeutend schlechter ist sozusagen als der Film von 1959. Und worin geht es eigentlich in die Brücke? Es geht darum, dass sieben jugendliche Soldaten oder beziehungsweise sieben Jugendliche, die dann kurz in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges noch in die Wehrmacht eingezogen werden sollen und eine Brücke verteidigen sollen, die so oder so nach einiger Zeit gesprengt wird. Und am Anfang ist es noch so, die sind noch relativ entspannt und ja, Krieg und allem drum und dran wollen unbedingt in die Wehrmacht. Doch als einer nach dem anderen dann das Leben von ihnen auf der Brücke lässt, ist es doch eine ganz andere Umstellung für die Soldaten, als sie sich das eigentlich erhofft hatten. Ja, das ist sozusagen ganz kurz die Story von Die Brücke erzählt. Es ist ein deutscher Kriegsfilm, der meines Erachtens ein bisschen zu lange braucht, um in eine Fahrt zu kommen. Das heißt, ich glaube schon alleine, der Film geht glaube ich zwei Stunden fast ungefähr und die erste Stunde haben wir halt wirklich nur so ein bisschen die erzählerische Variante. Das heißt, wir bekommen fast jeden einzelnen Jugendlichen vorgestellt in einer etwas längeren Geschichte, sage ich jetzt mal und haben halt viel zu wenig vom Krieg oder bekommen in diesem Kriegsfilm wenig vom Krieg zu sehen. Erst so die letzte halbe bis dreiviertel Stunde ist es dann interessant, wenn die Amerikaner dann an die Brücke heranrücken. Aber sonst brucht der Film wirklich relativ lange, um in Fahrt zu kommen und das fand ich halt wirklich ein bisschen schade bei diesem Film. Auch wenn der Film immerhin mit fünf deutschen Filmpreisen und sogar 1960 mit dem Golden Globe als bester fremdsprachiger Film ausgezeichnet wurde. Er wurde auch 1960 nominiert für den Oscar als bester fremdsprachiger Film, musste sich da aber Frankreich geschlagen geben. Aber dennoch ist die Brücke ein guter Film. Ich hätte den Film, wenn ich den jetzt mal so betrachten würde nach unserer Zeit, ist es natürlich, da sagt man, ja das ist alles ein bisschen schlecht geschnitten. Und irgendwie waren dann alle mal von den Jugendlichen, wenn dann mal einer stirbt, dann hast du auf einmal bei zwei oder so gar nicht mitgekriegt, dass die jetzt tot waren oder warum sind die jetzt gestorben sozusagen. Und das war ein bisschen schade auf jeden Fall, aber also wenn man das so vom Schnitt her betrachtet, würde ich sagen, gottenhafter Schnitt. Aber wir müssen natürlich auch immer so ein bisschen zurückdenken, der Film ist aus dem Jahr 1959 und damals war das noch nicht perfektioniert, sage ich jetzt mal der Schnitt im Vergleich zu dem. Heute ist er natürlich manchmal besser geschnitten als einige andere Kriegsfilme, das nur mal zwischendurch zu sagen. Aber er ist doch wirklich ein guter Kriegsfilm, den man sich auf jeden Fall mal ansehen kann. Er ist deutlich besser, wie gesagt, als der Film, als die Brücke von 2008 oder so, also dem deutschen TV-Movie, dem Remake sozusagen. Aber er hätte mir noch so ein bisschen, ja ich will nicht sagen härter sein können, aber der war mir so noch ein bisschen zu schwach. Wie gesagt, der Film ist auch ab zwölf Jahren freigegeben. Das bedeutet, so von der FSK-Wertung her ist es in Ordnung, gehe ich die zwölf mit, aber es wäre für mich noch ein bisschen, also ich finde ein vernünftiger Kriegsfilm, der so wirklich in dem Krieg darstellt, jetzt vielleicht nicht irgendwas Politisches während des Krieges, aber der so richtig Krieg mit Opfern und allem drum und dran, sage ich jetzt mal, zeigt, der muss ab 16 sein. Das ist definitiv klar, das ist für mich immer so, wo ich sage, das muss ein Kriegsfilm haben auf jeden Fall, dass er wirklich gut ist und dass man den auch wirklich so wahrnehmen kann. Und damit bin ich schon durch mit meiner Kritik zu Die Brücke. Und am Ende gibt es für diesen Film immerhin noch gute 7 von 10 möglichen Punkten. Schaut euch den auf jeden Fall mal an, den gibt es auf Blu-ray und DVD zu kaufen. Ich glaube aktuell bei Amazon auch für 5 Euro in der Blu-ray erhältlich. Und damit bin ich raus, checkt noch zwei andere Kriegsfilme ab, die ich euch jetzt hier mal in die Infokästen getan habe. Oder abonniert mich einfach, um keinen Film mehr zu verpassen. Ich bin raus, haut rein und ciao.